So, sehr aufs YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Half-Life 1 und ich würde sagen, wir reden gar nicht großartig drumherum, sondern zocken direkt, gleich, sofort und auf jeden Fall weiter. Ja, wir haben in der letzten Folge, haben wir das schicke Teil hier bekommen. Ja, mhm, oh, das seht es euch an. Schaut es euch an. Sieht gut aus, gell? So, jetzt gucken wir mal. Oh, da schießt jemand! Alter! Alles klar, los! Okay. Oh, 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 hier! Äh, verschwend du deine Munition. Du machst das! Ähm, wer kommt von da? Schön! Ja? Oh, ich helfe, ich helfe, ich helfe! Hm. Äh, zwei zum Preis von einem. Ach, guck mal an, der... Jo, jetzt haben wir ein bisschen Unterstützung. Achtung! Sehr schön! Das macht es einem viel einfacher. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da... Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Ja, wir sollten aber nach oben bei, wenn wir nämlich hier unten bleiben. Ist auch keine... Die da! Nice shot, Alter. Hab noch einen erwischt. Ha, hast du gut gemacht. Zukunft. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Wow, wow, vorsichtig. Wow, alter, der hat's umgebrezelt. Was? Achso. Wow. Das ist nämlich Tibur. Ach, du hast ja so recht, mein Freund. Willst du auch ein Getränk? Ich spende dir eins. Wo ist so ein Keks? Ah, geht nicht. Wöh. Bam, 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 bam. So. Geschütz, geschütz, geschütz. Wow, Junge, geh da weg. Schießt. Du schaffst das. Oh, nice. Wie das scheiß Geschütz nur auf mich geschossen hat, Alter. Oh, mein Gott. Vielleicht bring dir hier was mit. Ach ja, nur auf mich losgehen und den anderen in Ruhe lassen, oder was? Achtung, Achtung. Jawohl, so macht man das. Mann, hast du den Schuss gesehen? Ja, Mann, der war episch. Bam, Junge. Mann, hast du den Schuss gesehen? Jetzt ist er mal scheiße. Jetzt klitscht er da unten rum, oder was? Wow, weg hier, weg hier. Ihr fragt euch bestimmt, warum renne ich die ganze Zeit weg? Aber ich habe das Spiel schon mal auf normal gespielt, oder mittel. Und glaubt mir, so einfach wie das hier ist. So einfach wie das hier aussieht, auf normal, ist es nicht. Ohne Witz, das ist ziemlich schwer. Und manche Stellen sogar so verpackt, dass man da fast nicht weiterkommen kann. Nur fast. Hey, Bro. Hey, was zum Teufel machst du hier unten? Verschwinde nach oben. Jetzt. Ah. Hey. Da kommt einer. Jetzt wird sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Alter. Ich muss mir angewöhnen, versuchen mitzuzählen, wie viel Schuss ich für welchen Gegner brauche. Ach, guck an. Ne? Jetzt bringe ich dir aber jemand mit. Ja, jetzt ist er schon tot, Alter. Aua. Du musst hier ständig auf mich schießen, Alter. Ich erschlage dich gleich, Freundchen. So, kaputt. Alles kaputt. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ha, 17 Schuss. Wunderbar. Autsch. Oh, da liegt Torflindenmuni. System konzentrieren. Jeder Schuss muss sitzen. Wir haben keine Munition zu verschenken. Naja, eigentlich schon. Oh, das hat sich jetzt ein bisschen... Oh, habt ihr das gesehen? Habe ich mein Aimboard aktiviert? Ja, wieso hört sich die Schießen hier drin so komisch an? Hm. Seltsam. Ja, toll. Wie kommen wir jetzt... Wie komme ich jetzt hier rein? Alles kaputt. Alles kaputt. Und komm. Ich denke, wir sind hier richtig. Wenn eine Ladezeit kommt, dann sind wir auf jeden Fall richtig. Und es kommt eine Ladezeit. Also sind wir... Oh, guck mal. Bäm. Sportmunition. Oh, Kaffee. Und es geht nicht. Schade, dass die Kaffeemaschine... Äh. Ja, Lüftungsschächte. Mal gucken, ob wir da... Oh, cool. Man kann durchballern. Das finde ich cool. Das ist ja bei solchen Spielen nicht immer selbstverständlich, dass man immer und überall durchballern kann. Ich bleibe lieber mal hier oben, weil... Dann habe ich nämlich den taktischen Vorteil. Zack, zack, zack. Ja, roll nicht so viel rum, Alter. Und stöbe einfach. Bam, bam. So habe ich den taktischen Vorteil, dass ich die Gegner... Gegner von oben angreifen kann. Zum Beispiel diese Nichts-Arne-Deat-Grip. Keine Chance gehabt. Keine Chance. Okay, ich glaube, wir müssen runter, ob wir wollen oder nicht. Okay. Aber wir dürften eigentlich auch keine Gegner mehr sein. Okay. Ach, das fährt jetzt quasi die ganze Zeit hin und her, oder was? Na, Problem. Uh, schau mal. Also, das heißt, wir müssen das jetzt einfach nur gut timen. Mehr nicht. Was ist jetzt der... Was ist jetzt der Dock hingelaufen? Oh, 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 oh. Ah, gekonnt ausgewichen mit meinen akrobatischen Skills. Bleh. Oh, ich würde jetzt am liebsten... Bam, Hedgehog, Alter. Was war Zeichen? Wir sind in einem... Ach, vergiss es einfach. Okay, vergiss es. Mach deinen Job, bleib da stehen, schüttel den Kopf, hab komische, spastische Anfälle und lass mich in Ruhe. So, einmal hier durch. Oh, halt. Erst speichern. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, dass ich an der Stelle in ein paar Mal... Ach, guck an, ein paar Mal gestorben bin, weil ich mich ständig hier eingeklemmt habe. Oh, du... Oh, du... Oh, du... Okay, keine Headtrapan-Sicht. Oh, Spaß. Achso. Ja, ganz toll. Ganz toll. Ah. Kaputt hauen. Okay, hier ist nix. Alter, ist das dunkel. Da sehen wir ja gar nix. Ah, hier sind überall diese komischen... Ich leck dich. Bier als Stinger. Oh, halt. Alter, vier Schuss pro Ding. Oder mal fünf. Ich glaube, es kommt doch auch an, wo man reinschießt, ne? Wenn man nämlich direkt da reinballert, scheint die irgendwie schneller dauernd zu gehen. Ah, hier ist noch ein Magazin, oder? Nee. Da komm ich nicht runter. Ich könnte aber auch... Das geht auch. Aber ich glaube, das ist auf die Dauer nicht allzu gesund, wenn ich mich ständig von den Viechern ansnacken lasse. Warte mal, war da drüben was? Nee. Oh, dieser Halle-Effekt, der hört sich irgendwie komisch an. Irgendwie Richtung jetzt. Sneaky Action. Hinter jeder Ecke kann eine Headcrap. Zack, zack. Sich eine Headcrap verstecken, wie wir gerade sehen konnten. Gott, stellt euch mal vor, da würden, was weiß ich, so 50 Stück in den Lüftungsschach kommen. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Verzieh dich lieber nach oben. Auch die Fliege fliegt den Link. Dann könnte man noch die Fliege. Anfänger. Nicht vergessen, immer auf den Kopf schießen. Kaputt hauen, kaputt hauen, kaputt hauen. Also, dann los. Ja, dann... Go, Alter. Mach mal die Tür hier auf. Das ist auf. Ja, gut, dann bleib mal hier. Den nehme ich aber mit. Ah, der kann schießen. Aua, 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 aua. Der ist wenigstens eine kleine Hilfe. Ja, der ist tot, Alter. Wow, nice. Auf den Kopf schießen, Alter. Kann doch nicht so schwer sein. Ich will ständig nur auf den Körper ballern, die Vollidioten. Wo es auf den Kopf einfach viel mehr Sinn macht, aber... Hier geht es nicht raus. Ah, wir müssen so raus, wie wir reingekommen sind. Granaten können wir nicht mitnehmen. Das sind schon voll, so wie es aussieht. Ne, da geht es nicht lang. Ui. Oh, scheiße. Ich wollte ihn jetzt abknallen. Komm. Hm. Sag mir bitte nicht. Wir müssen da rüber springen, Alter. Alter. Alter, du bist wie verarscht. Das schaffe ich doch niemals. Okay, los geht's. Alter. What the fuck? Ist der jetzt runterkommt? Okay. Ich weiß nicht, ob wir dem helfen können. Nein, 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 nein. Nee. Loslassen. Tja, Dude. So, hier nochmal speichern. Ah. Nee. Hier geht's rein. Hä? Aha. Feind in Sicht. Wunderbar. Also, Leute. Aber hier gibt es mal wieder einen kleinen Schnitt. Ich sag schon mal, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mal unten in die Kommentare, äh, in die Kommentare, ich sag immer, in die Beschreibung reingucken. Da hab ich ein paar Links dran stehen. Wird mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und mal ein Hallo da lasst oder in den Formen diskutiert über wichtige Sachen, wie zum Beispiel Zocken oder sowas. Also, ähm, ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.